Diese Schafe spielen mit in einem Film, der heißt Der Hund ist weg. Die Geschichte spielt sich ab, wo die Eider ins Meer fließt, in die Nordsee. Da hinten auf dem Leich sind die Leute, die den Film drehen. Das ist der Hund, die Hauptperson des Fähens. Das ist der Briefträger, dem kommt er oft in die Quere. Und dem ist er weggelaufen, das ist Keder Keder. Schuld daran sind die Schafe, aber das ist im Augenblick nicht so wichtig. Das ist die Mutter mit Musche, sie wird gerade geschminkt. Und wo das Stückchen gedreht ist. Achtet man nur auf die Stelle, wo Peter Pitz vor dem Schäfer herkommt. ? 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 . ? 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 C ? 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 Es ist hier! Es ist hier! Es ist hier! Es ist hier! Die Beleuchter bauen die Scheinwerfer, der Kamera assistent die Kamera auf. Auf das Stativ kommt der Kreisenkopf, damit sich die Kamera aufdrehen kann. Und dann die schwere Vermute als Kilometer-Kamera. Die Beleuchter bauen die Kamera auf. Die Beleuchter bauen die Kamera auf. Die Kamera ist noch nicht so weit, aber der Regisseur fängt schon wieder proberen. Hier ungefähr soll Peter Pitt vor dem Schäfer weglaufen. Durch dieses Objektiv wird nachher das Wecklaufen gedreht. Die Probe geht weiter. Der Regisseur zeigt Peter Pitt wieder nach. Der Tonassistent macht das Kabel klar, der Toningenieur postiert das Mikrofon. Der Regisseur schaut sich mal an, wie es für die Kamera aussieht. Die Position wird angezeigt. Doch, jetzt geht es noch weiter rum. Und weiter rum. Und weiter rum. Weiter. Wir bleiben stehen. Halte da, leuchten wir aus der Kamera heraus. Wir sind da am Anfang, der ist doch die letzte Einstellung. So, wenn die Sachen einwandfrei markiert sind, dann macht bitte noch einmal... Das ist das Tunnelweg. So, jetzt gehen wir noch mal auf Anpassposition. Nochmal, wird gepunkt. So, also, eine noch mal auf Anpassposition. Da gibt es der Anpass. Gut. So, Schäferinbrücken. Das ist also praktisch schwenkt. So, ich tut das ein, so ich war. Ich muss, der Herr Abdelhoff, sehen, dass er das im Schwenk abfängt, so dass das eine Sache ist. Schwenk-Fahr-Schwenk. Ja, das ist ein Schwenk-Fahr-Schwenk. Das ist ein Schwenk-Fahr-Schwenk. Das ist ein Schwenk-Fahr-Schwenk. Das ist ein Schwenk-Fahr-Schwenk. Und jetzt ist dann einfach wieder Schäfer, die praktisch zum Weg ein Schwenk-Fahr-Schwenk abfängt. Und zwar hier hin, zu diesem Punkt. Er hat sich von Hens-Richt, hier ansoziologisch zu rennen. Er versucht jetzt den Boden mitzubekommen und hier runter. Das ist ein Schwenk-Fahr-Schwenk. Das ist ein Schwenk-Fahr-Schwenk. Das ist der Aufnahmeleiter. Er führt Buch über Material und organisiert alles. Und das Script-Girl führt Buch über die gedrehten Szene. Das ist der Ton-Händchen-Gölk. Die Kabel für die Scheinwaffe müssen woanders hin, hat der Regisseur eben gesagt. Der Kameramann hat gerade gemessen, wie Henning es ist. Also, Bände 5,6 und ein bisschen. Jetzt dreht sich der Kameramann ein. Mit den großen Sonnenblenden werden die Schatten auch verhält. So, Heide, jetzt nochmal ganz langer. Hier fängt er ein Fahrrad. Das muss also Schwenk-Fahr übergehen. Und hier raus, der muss schneller rennen als der fährt. Das Tempel des Fahrradens wird nicht schneller. Das muss er durch die Rennen wegmachen. Sodass du jedenfalls später da sein wirst, auf der Schiene als der Ausgang. So, dann richtest du die erste Bände bitte mal da genau drauf ein. Ich glaube, es stimmt schon. Die stimmt schon, nicht? Ja, das ist super. Ja, das ist genau da. Okay, dann geht das nicht so. Das habe ich gehört. Also, wenn die Kuckung zum Schiefer... ...spitzt ja, weiß auch nicht. So, wie Kuckung zum Schiefer auf einmal merkt sie, dass der Schiefer kommt und sprummelt sich hier auf dieses Zeichel. Und der fühlt sich ganz langsam aus. Seht? So. Alle durchgehenden Fuß. Bitte? Aber wie wird der Schiefer auf einmal kontrolliert? Na eigentlich, was ist denn? So, wie kommt der Schiefer auf einmal rein? Und der Schiefer auf einmal kontrolliert? Aber wenn die Schiefer auf einmal verkauft... Einführer auf einmal kontrolliert. Einführer auf einmal kontrolliert. Einführer auf einmal kontrolliert. So, Kina, Jochen, hau, Achtung. So, lass dich mal in Ruhe, genau ein bisschen Ruhe. So, ja, Schlusskarte. Komm, mach dich gut, die Schafe sind jetzt schon da. Schafe los, die Schafe sind jetzt drin im Bild. So, bitte Ruhe, Jäger, bitte Ruhe. Und jetzt als Kanz. Das ist nicht so aus der Jörg war. Komm, mach dich gut, die Schafe sind jetzt wieder. So, was ich jetzt? Drei mal, ich kann mal, ich kann mal, ich kann mal, ich kann mal. Ich kann mal, ich kann mit uns nicht schrauben, ich kann mal, ich kann mal. Das ist die Kranke mit der Nummer, damit man später dieses Filmstück wiederfinden kann. So, fertig, alles? So, Schafe rein, bitte! Nochmal das Ganze. Schafe rein, bitte! Dann ist sie gestorben, das heißt am Film, hier sind wir dann fertig. Ja, pass auf, da müssen wir nochmal die, äh, die, äh, gerade in jedem Software geklammert, kann ich nochmal reinhören. Bei dem Film ist noch etwas noch klar. Der Schlitz losgeht. Überall Buchflüge. Okay, gut. Dann bauen wir jetzt um nach oben. Und dann wieder schleppen für die nächste Szene. Jeden Tag von 30 bis 18 Uhr. Für diese witzige Einstellung hat das Team nur zwei Stunden gebraucht. Und das ist übrigens der andere Aufnahmeleiter. So, und zwar ist nun bei der Airbus gekommen. So sehen beiden Szenen aus, wie sie die Automattekamera gedreht hat. Und damit man sie besser unterscheiden kann, haben wir sie in Fahrer eingesetzt. Verlangt. Nehmt, ja. Nehmt. 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 Und so sieht es am fertig geschnittenen Film aus. Das winzige Stückchen ist noch kleiner geworden. 5. 11. 13. 12. 14. 15. 15. 15. 16. 18. 19. 19. 20. 18. 20.